Hallöchen, jeder draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Mit dabei ist auch wieder unser lieber Schmalt. Hallo. Ja, wir möchten uns ganz, 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 ganz lieb bedanken für die über 100 Follower. Ja. Wir hätten uns gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja. Danke, danke. Wir haben uns echt gefreut. Super. Danke für die netten Kommentare, die ihr immer gebt. Und die Likes, die ihr da lasst und den Support. Vor allem, ja genau, die super netten Kommentare, die bringen uns immer zum Lachen. Ja. Die ganzen Likes unter den Videos. Echt spitze. Also, ich bin sehr begeistert. Ja, da macht es doppelt Spaß. Genau. Und deswegen haben wir uns was überlegt für euch. Und wir haben ganz fleißig Migateriums gebrütet. Wir machen heute den Bienen-Kleinen-Boss. Den kleinen Bienen-Boss. Juhu, Boss-Time. Juhu. Genau. Ah, wir brauchen noch Hunensteine, gell? Ach so, oh ja. Gut, dass du es sagst. Seht ihr? Ich habe hier noch nie einen Boss gemacht. Ich habe aber auch noch nie einen Boss gemacht. Ich habe mich ihr halt informiert. Ja, aber so in der Vergangenheit hast du schon viel mehr Bosse gemacht als ich. Ja. Ich habe der Island, die Spinne und den Affe gemacht und das war's. Also angeschaut habe ich mir bei der Island schon alle Bosse, aber selbst er spielt, ist halt immer so eine Geschichte. Ja. Ich finde die Anschau nicht so cool, deswegen als er spielt habe ich mir die zwei und darauf bin ich stolz. Nach tausend Stunden arg. Den haben wir gemacht, die Spinne und den Affen haben wir bisher gemacht. Also, wo bist du? Ich habe dich verloren. Ach, da. Okay. Beim Wasserfall bin ich hier über einen Metallspot. Ja, ja, ja. Mal schauen. Da war nämlich eigentlich mal ausgespäht. Genau, einfach in der Mitte die Linie hoch. Genau. Muss mal auf die Karte schauen. Ah, okay, weiß ich. Ich weiß Bescheid, ohne dass die Karte überhaupt geladen ist. Ich habe nämlich auch keine Ahnung. Ja, die Karte ist komplett ausgenutzt. Ja, jetzt geht's ab, ey. Keine Ahnung, wo die Höhle ist. Ja, ich habe vorhin schon mal hingeschaut. Ich habe den Server ein bisschen laufen lassen, dass die Megaterien... Genau, ja. Ja, anders geht's ja nicht. Nee. Hier ist es die Höhle. Nee, nee. Die ist ganz an der Küste. Ach so. Okay. 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 Jetzt habe ich dich verloren. Ah, da, okay. Nee, ich sehe dich hier. Ja, einmal umgedreht und dann sehe ich dich nicht mehr. Hm, ah ja, ich glaube, das ist immer richtig. Ja. Genau. Ich habe die Jahre 85, oder? Nehme ich mal an. Ja. Ja, hier sind wir. Da vorne ist sie. Voller Schöne. Ja. Schön grün. Ja. Okay. Und zwar sind wir hier oben, wo mein Mittelfinger ist. Ich glaube ganz oben in der Mitte an der Kante quasi. Ah ja, ziemlich genau. Was wird hier gehauen? Da sind irgendwelche Zahlen aufgescheint gerade. Hm. Na, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir packen einfach mal ein paar Megaterien aus. Okay. Nicht, dass da irgendwas rauskeucht und fleucht. Verhalten. Passiv erst mal. Oh, ja, da können wir gleich mal ein Megaterien probieren. Äh, Minus war das, gell? Hey! Gut. Ähm, eher ein kleines Häuschen werden wir uns noch aufbauen. Genau. Ähm. Genau. Hast du einen Minenlaser? Ja, ne? Ja. Oh, 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 tschuldige. Oh, ich habe voll den Tropialer geschlagen wieder mal. Ich punch dich, bro. Hm, ja, Leder muss man von innen holen wahrscheinlich dann, ne? Ganz kurz. Haha. Die ganze Hülle ist voller Leder, oder? Ja, genau deswegen. Äh, 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 das sind aber nicht wir. Oh, oh, von oben. Komm mal. Oh. Also Leder. Hammer jetzt. Äh. Georg. So, ich hole dir Holz, du holst dir Stein. Yes. Du holst uns Stein. Das war einer von den Legitären Bäumen gerade. Viele, viele, hunderte Holz hat. Ja? Gibt es sowas? Nee, aber teilweise gibt es ja Bäume, da kriegst du noch einer, da denkst du, oh, die gehen gar nicht mal kaputt. Was? Äh, ich baue dir noch schnell einen Schrank auf. Ja, ich würde sagen, wir tun das Haus hier her bauen, weil in der Höhle ist dann schon nicht so cool. Kannst du schon mal anfangen? Äh, genau. So, so, so. Hast du Stroh? Achso, nein, Stroh kann ich holen. Ja, ich hol mir noch ein bisschen Stroh. Das wäre lieb. Hier so, ein Baum, 9000 Stroh. Danke. Bitte? Einfach 3x3, oder? Ja, genau. Gemütlich. Eine Tür. Kleine Spelunke. 3, 6, 12, 24, 23. Ah, 2, 24, 22, so. Dann Dach noch drauf. Stiege nicht vergessen, damit, ähm, barrierefrei ist für uns alte Leute. Was denn? Ja, die, die Hütte. Was soll ich nicht vergessen? Eine Stufe. Ah, ja, stimmt, ja. Oder Rampe halt. Ja, äh, äh. Nö. Die Türen musst du machen, die kann ich nicht. Achso, okay. Eine Tür, oder? Reicht. Weil ich hab vorne und hinten mal eine rein. Aber ich hab die normalen Türen. Du willst doppelt Türen, gell? Ja. Ja, dann musst du alles machen. Hab ich schon. Hier, bitteschön. Dann, platzieren. Bist du ein Schwert, oder? Ja. So. Ähm, reichel ist es nah, sondern ich, dass es halt genau in dem Punkt ist, wo er lädt. Probier mal hier, weil halbwegs gerade soll es ja auch sein. Gut, ich hab alles in den Schrank rein. Äh, da steht, Fundament aus Stein kann ich gesetzt werden, platzieren. Der Struktur ist hier nicht möglich. Ja. Aber hier, ich hab hier, also, hier wo ich stehe, da geht's dann wieder. Ja, dann fang da an. Bis hierher. Ja. Vielleicht ist das in der Bosshöhle so, aber ist ja okay. Ah, nein, 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 aufheben. Dann mach hier die Mitte. Aber jetzt geht er bergab, ganz leicht. Genau. Weil sonst, wir können nicht zwei in die Richtung bauen, weil es sonst zu tief führt. Dann eine Tür zur Uferseite und eine zur Höhlenseite. Ja, genau, so hab ich mir das gedacht. Hä, das ist ja, so schnell habt ihr uns noch nie bauen sehen, ne? Ja, das geht hier rucki zucki, das ist Wahnsinn. Gut, du kannst die Decken drauf machen und ich, ähm, zum Migaterium dürfte dieses Slater haben. Hm, ja. Brauchen wir gar keine Stiege. Ja, auf der anderen Seite brauchen wir dafür welche. Oh, ja, aber hier, das ist ja eigentlich, ey. Ups. Ich muss die andere nochmal aufheben. Nee. Man kann ja noch eine bauen, kein Problem. So, Fasern, Stroh, was braucht man? Hab, 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 passt schon, passt schon. Alles geritzt. Hm, paar Fasern bitte noch. Paar Fasern, okay. Ja, nur ein paar. Vorsicht, besser wie Nachsicht mit dem Bettchen. Ja, stimmt. Jo. So, machen wir uns ein schönes, äh, Familienbett. Hier, Hand gepflückt. Mhm. Äh, ich lauf bei dir vorbei. Cool. Oh, oh, jetzt kommt der Diplodocus. Willst du es mir trotzdem mit schranktun, bitte? Hab ich schon. Ah ja, hast du schon, danke. Gut. Ja, ich hau die einfach in die Mitte rein, fertig, oder? Ja. Das ist der Geiz. Okay, ich glaube, ich werde den Troch nicht angreifen. So. Ja, vielleicht, dass unsere Megateriums dann runterkullern. Ja, das darf nicht passieren. Ja. Habe ich auch keinen Bock. Dann hol dir mal alle Megaterien hinter dir her. Äh, tu am besten, äh, tu am besten, ne? Ja. Setz dich am besten auf so einen kleinen, auf so einen jungen, dann kriegt er noch ein paar Level, die sich leveln ja recht schnell. Die Gusnelda, ich will die Gusnelda haben. Gusnelda. Wenn nämlich jemand kleines, da, 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 Georg, äh, Georg, du, Georg, ne? Der Georg folgt mir noch. Ja, ähm, und alles Vollgas natürlich auf, äh, auf Leben erstmal bis, weiß ich nicht. Wie viel haben wir gesagt haben die so? Wie viel haben die so? 8, 6. Ja. Ja, das ist viel zu wenig, 8, 6, 11, 11, 11, 6. Ja, 12.000, teilen wir mal an. 10. Erstmal 10 anteilen, mit den kleinen. Okay. Einer hat schon 11, 6. Gisela. Ah, da nehme ich Gonzo mit. Aber das ist ein alter, gell? Gonzo? Ja, 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 aber den ziehe ich nur hinterher. Wo du drauf sitzt, da werden ja die Abenteuerpunkte, glaube ich, so geteilt. Ah, okay. Dann. Die anderen, glaube ich, kriegen nicht so viel. Korrigiert mich gern. Ich schaue nochmal ganz kurz in den Tal. Habe ich jetzt die Ruhnensteine? Wasser, dadadadadada. Warte mal ganz kurz. Ja. Schau mal, ob ich meine bessere Rüstung... Ja. Noch keine Flamme. Ein bisschen das Getrappel hinter mir. Ja, du kannst los. Okay. Hast du die auf aggressiv? Nee. Jetzt. Okay, habe ich. Boah. Ist doch irgendwo eine Stange. Nee. Boah, ist drunter so zu. Wer? So, ich stecke. Moment, ähm. Welche steckt mehr? Wow. Ich will hier raus. Okay, okay, okay. Ah, Ise. Zu viel des Guten. Dicke Megatheriumse. Kommt schon alles her. Die Horde rennt, sie macht alles nieder. Boah, da ist jetzt schon noch ein Git. Boah. Nein. Ich geh nur an den Schellen aus, ja. Ich schaue Buff. Ups. Ups. Ich würde gerne noch Schweinchen und Suti rausholen. Ja, dann mach. Okay. Äh. Da, 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 da. Du gehst auf Suti? Ja. Also Megatherium auf... ...10.000. Ja, genau. Wir skillen noch ganz kurz hoch. Alle, die so da sind. 10 können auch ein bisschen mehr sein, gerne. Aber die sind alle noch, ähm, gedamaged. Ja, ja. Ich habe ein Schweinchen. Ah, ja. Okay, okay. Du hast ein Schwein gehabt. Mhm. Oder die Megatherium, je nachdem. Ah, das ist noch ein... ...Große. Alle, meine ruhig hier. Es geht gleich los, ja. Nicht so aufgeregt. Ah, das Schweinchen freut sich voll. Hey, hey, hey. Geil. Ich bin auch am Start. Super, super. Juti, warte. Äh, das ist auf 16.000. Was soll ich da machen? Auch Gesundheit, gell? Oder ne, Ausdauer. Ja, Gesundheit oder Ausdauer. Ausdauer, ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Ausdauer der braucht. Er... 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 Er freut sich halt so super. Ja. Hoppsa. Falsch. So. Ich werde jetzt, ähm... Also ich denke, ich hoffe, dass das so passt. Meine Fanbase. Ich denke ja nicht, dass wir jetzt alle verlieren, weil dann braucht man nämlich alles, weil wir sind mit allem aufgewartet, was wir im Megatherium haben. Ja, willst du welche einpacken? Nee. Okay. Wir gehen jetzt... Also ich denke, das passt, ja. Okay. Weil die sind nämlich echt ganz gut. Na gut. Gut. Dann... Du musst der Teil wieder rauskommen, gell? Wo? Das war in dem Portal, weil ich glaube, der entsteht beim Portal eigentlich, dass die dich umzingeln und dann hängst du fest. Bei den Juh, die sollte er nicht hauen. Okay. Was mache ich da jetzt? Kommst du nicht raus? End gegen der Terminal. Wart, wart. Ich mache das. So, da tue ich jetzt die Steine rein. Willst du starten? Du klickst jetzt auf den Boss dann quasi. Moment, ich muss mich erst zu dir durchkämpfen. Die Fanbase ist ziemlich krass. Mhm. Wir haben hier wirklich den vollen Support gerade von uns, wir Megatherium. Ich muss jetzt mal den Stein weg tun, damit ich hintenrum kann. Kannst du nicht auf alle abpfeifen? Nee, da muss ich... Wart mal. ...alle anklicken. So. Jetzt mache ich Inventar öffnen und dann... Dann Doppelklick auf das Ding. Warte, ich gucke nochmal, wo ich mein Ziel, dieses Ziel angreifen drauf habe. Gib mir Bescheid, wenn es losgehen kann. Ja, es wird schon. Es wird schon klappen. Oh, da kommt es über dir. Über dir. Ich habe Angst. Was? Wo? Über dir. Aha. Ich muss weg hier. Hey, hey, hey. Was willst du passieren, ja? Weg. Boah. Geht schon, macht sie alle. Oh, mein Schwappnischen hat schon Hunger. Boah. Ich habe vergessen, was uns in der Tat so liegt. Auf geht's. Die Fliege kaputt. Ich glaube, der schaut ganz gut aus, oder? Ja. Die sprüht hier Gift. Ach, hier ist eine Rune gewesen. Ja, die können wir nehmen, bevor der kaputt ist. Dann nehmen wir hier halt die Schweinchen, aber... Aber ich glaube, der schaut ganz gut aus, oder? Ich weiß, wow, weiß ich nicht. Oh, jetzt ist alles für mich. Jetzt geht es. Nein, mal rein. Ich kann mich auch besser ausziehen. Was macht sie denn hier da? Ich soll's hauen. Wenn du willst, kannst du die Rune catchen. Hab ich. Ich glaube, das dauert mal ab. Boah. Boah. Okay. Okay. Muss man die looten? Ich schau mal. Nee, ist nix drin. Soll ich sie abbauen? Oder so, ja. Kommt da was raus? Äh, jetzt weit weg. Mega-Tierren sind echt so fett. Nee. Die ist unabbaubar. Gut. Ja, wie schaut's eigentlich mit unseren Mega-Tierren aus? Gibt's denn gut? Nachdem du sie geheilt hast? Ja. Ja, ja, ganz gut. Ja, ja. Ganz gut. Ja, da ist nicht viel passiert. Nee. Das Schweinchen, das Schweinchen, das gönnt sich für ganz schöne Nahrung, gell, wenn das heilt. Ja. Das ist ja brutal. Ja, viel Level hat das jetzt nix gegeben hier. Vielleicht ist das bei deinem Schweinchen, das ist das. Ich fühle mich irgendwie verfolgt. Ja, pfeifen wir sie immer ab. Mir schaut immer irgendwer über die Schulter her. Na gut. Ja, nicht schlecht. Schau. Hast du keine Angst gehabt, dass sie uns mit Gift trifft? Ach, hier, der hat's gekillt. Was haben wir denn hier? Auch eine coole Flackhose. Ah, 30 Elemente. Wie, das regnet gerade schon mal raus. Ah, schöner Sommerring. Mantisattel, Sturmgewehr, Kletterhaken, Flackhose. Ja, meisterreist. Und eine coole Taucherflasche. Ja, für mich. Ja, super. Und was ist das hier? Ah, dass wir den besiegt haben. Und wenn wir den jetzt nochmal beschwören wollen, was passiert hier? Ich probier mal. Soll ich mal hier runter in den Steine wieder reinlegen? Ja, bitte. Ich sehe das Inventar nicht. Du musst, glaube ich, zur Seite gehen. Ich glaube, das geht nur von vorne. Ich probier mal, ob du es nochmal aktivieren kannst. Bereit? Ja. Nee, in einer Stunde. 54 Minuten haben wir Zeit. Oh. Also sechs Minuten hat der Kampf gedauert, oder? Ja, irgendwie so. Ja, aber war jetzt echt kein Stress, gell? Nee, ich habe voll die Heiltränke mitgenommen. So ängstlich war ich. Mhm. Okay, dann. Schön. Ich glaube, die meisten Schaden haben sie bekommen vom Lebensenergie-Leveln. Ja. Kann ich eigentlich mit dem Megatherium hier die Bienenstücke abbauen? Boah. Nee. Ich bin voll überladen hier. Ach. Hast du einen Minion-Laser dabei? Ja. Kannst du mit dem auf die Bienenstücke losgehen? Ja. Oder bräuchte man da eine Kettensäge? Probier mal. Ah, jetzt wird sie nix. Oh nein. Ah, hier kriegen wir aber Honig, ne? Das bringt mich natürlich gleich zum nächsten. Ich habe organisches Polymer bekommen. Mit dem Pickel musste rein. Ja. Und mit der Axt kriegt man organisches Polymer. Hm. Mit dem Pickel auch, aber weniger halt. Aber Pickel ist besser. Ah, aber das ist bestimmt ein Fall für die Kettensäge. Hast du eine da? Nee. Nee. Wir brauchen eh wieder Honig, weil bei der Rollrat ist ja so viel Flöten gegangen. Die hat so viel gefressen. Ja, ja. Und dann noch immer nicht gezinkt nach 300 Honig. Ja, der ist einfach verfallen. Den wollte sie nicht. Der ist so schnell kaputt gegangen. Schlechter Bienenhonig gewesen. Hm. Hm. So, hallo. Schön. Das ist Deodon. Das wird Essen, Essen, Essen jetzt erst mal. Ja, pack es wieder ein. Kann daheim essen. So. Komm her. Ich hab vorhin hingekackt, ey. Wird er auch wieder einpacken? Ach so, ja. Ja, ja, ja. Cool. Ja, unser erster Boss. Ja. Richtig spektakulär. Ja. Mega Therium hat einen guten Job gemacht. Ja, richtig. Was dazu beigetragen. Bisschen geschrien. Ich hätte ein bisschen öfters schreien sollen. Wieso? Einige Mega Therium haben gar keinen Buff gehabt und einige haben, der Buff ist ausgelaufen. Ist rausgelaufen. Deiner? Wie hat das jetzt mit der Ausdauer ausgeschaut? Äh, gut oder? Gut. Ich hab gar nichts gecheckt. Hab nichts gecheckt oder hat's gut ausgeschaut? Ne, ich hab nichts gecheckt. Ich hab einfach geschrien. Geschrien, geschrien. Was machst du mit dem Inventar von denen? So. Ich hab einfach nur liegen lassen. Ach so, ja. Das sollte man schon mitnehmen. Ja, vor allem dieses Inventar sollte man mitnehmen. Denk mir grad. Weil ich bin nämlich schon richtig, ähm, beladen. Hm, ich auch. Freit ich mit dem heim oder raus? Äh, einen kann ich noch mitnehmen. So, wir sind die Kü... Halt, 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 halt. Entschuldigung. Wir sind die Könige des Bienennests. Hm. Äh? Ähm, hast du die Steine wieder rausgetan eigentlich hier? Äh, ich denk schon. Oder sind die da noch drin? Ne, okay, passt. Ja, cool. War ja dann ganz, ganz chillig. Ja. Jungen. Hier ist noch ein Bienenstock. Den nehm ich mit hier. Hm, hm. Das ist ne Spinne hier noch, oder? Wie du ja. Hm. Ach. Das ist so ne... So ne, ähm... Ne Schnecke. So ne Zementsnecke. Ja. Oh, ich wollte schon, äh, so loben. Ja, das ist nicht solid. Ja. Tja. Tja. Okay, dann... ...können wir auch schon Tschüss sagen. Ja? Ja. Ist leider schon wieder aus. Mach mal den da vorne noch kaputt, diesen Langhilf. Okay. Er hat uns so geärgert. Aber echt, ey. Ja. So. Jetzt haben wir es ihnen aber gezeigt. Ja, richtig, ey. Okay, fühle ich mich richtig gut nicht. So. Ähm, hm. So, wo kommst du hierher? Oh. Tja, das geht nicht. Uffentina, drück! Upsla. Ja. Upp. Das war falsch. Wie viel Megateri waren das jetzt? Hm. Ich glaube, acht. Ah ja, danke. Bitte gerne. Ich bin voll und, äh, äh... ...da... ...druppe Ignatius langweilt sich voll. Äh, ja. Geht mir gleich. Aber bei dem skille ich noch Gewicht immer. Ich weiß nicht, was ich sonst killen soll. Geben, ein bisschen Gewicht. Ja. Gibt's alles. Okay. Ja, cooles MG, hey. 250 MG. Jetzt wissen wir, wir können es jede Stunde machen. Ja, wir können wir da nochmal vorbeischauen. Ja, dieser Felsen schaut ja echt cool aus. Wie so eine Säule. Oh nein, ich wollte da landen. Ich auch. Äh, äh... Ich weiß gar nicht, wie das ist, können wir jetzt eigentlich die Spinne schon machen. Da braucht man irgendwelche Trophäen diesmal. Ja, Raptor-Krallen oder und so Zeug, oder? Ja, aber ich glaube, da braucht man auch für die Spinne, glaube ich, braucht man dann vielleicht die Fliege oder so. Irgendwas ist da noch. Achso. Aber jetzt haben wir die Fliege ja gemacht. Oder was ist die Biene? So meine ich ja, aber ich glaube, ich befürchte, da wären unsere Megaterien noch nicht ausreichend. Oh nein, ey. Ja, krass, bleibt spannend, ey. Ich habe keine Ahnung von den Bossen. Ja, dann sind wir zumindest schon mal zu zweit. Yay. Naja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, wir bedanken uns sehr fürs Zuschauen und dass ihr immer so fleißig unsere Videos guckt und so lange. Ja. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi ihr. Tschüss. Und danke nochmal.